5, 6, 7, 8! Ihr müsst mit helfen da hinten! Wicht mal einer! Ja, ich sehe ihn! Es sieht so toll aus! Also, ihr kriegt noch den Punkt! Achtung! Aufwandzeit! 5, 6, 7, 8! So! Das war besser! Kennt ihr, was sagst du? Also, wie seid ihr noch wirklich klar? Mal gucken, was ihr probieren! Ich bin auch in Spanien! Schauen wir mal, dass ihr noch ein Problem habt! Wenn ihr euch gleich die Hände in diesem 2-2-Stand-Batterson-Strufe Achtung! 3, 7, 8! Die Hände in France! 1, 8! Ich bin auch in China! 1, 8! 2, 8! 2, 8! 2, 8! 2, 8! Ach, liebe Leiche! Ach, go! Also, von hier! Wo ihr nach dem hier los seid! 3, 9! 6! 4, 9! Ok, checkt ihr das jetzt! Sie waren auf dem Bein, ob wirklich jetzt alle bereit sind und ich hole jetzt noch nicht aus, weil da oben. Gut, das muss ich euch sagen, ich habe ihn ja schon gesehen. Hallo! 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 Wa. Philipp! 그러면 wir ja sehr hilfreich sein. open nach dir. und wenn ihr nicht recht seid, was weiß ich dann lieber zu think. Ok, check mal auf die Stimmung Meine Seite Ok, und wie ist die Stimmung auf meiner Seite! Also, wenn ihr jetzt alles, ich hab jetzt, pass auf, pass auf, pass auf, ich hab den ersten Schaut mal, hey, 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 pass auf, schaut mal auf die Leinwand. Also, es ist kein Gefühl auf jeden Fall, es ist natürlich schwer, es zu realisieren, weil es ist einfach so wichtig, wenn es dann auf die Stühle kommt und dann auf einmal, hey. Und hörst du den jungen Leuten auf Haus, die noch empfehlen, was der Berufswach angeht? Also, den jungen Leuten, die ich empfehlen, hört auf euer Herz und dann macht ihr nichts falsch und das kann nicht allen sagen. Okay, wunderbar, alles klar, dann berat ich mich bei dir und viel Spaß gleich auf den Weg. Ja, jetzt haben wir ihn wegstellt gesehen, wann können wir denn jetzt kommen? Also, pass auf, liebe Wüppeldorfer, ich bin jetzt vergangen, gar nicht, das ist die letzte Hebestation jeden von den Sommerfesten, die wir nicht mehr haben. Ich bin von den Wüppeldorfern gefohlt, dass sie abgehen wie eine Frau Eis, das ist auch nicht noch nicht ganz der Fall, ja. Wenn ihr wirklich Piedro sehen wollt, dann warte, dann traut ihr jetzt bis dahinten mal wirklich von euch allen alles, was ihr habt, okay? Sollt ihr Piedroler Party sein? Da, da wollen wir eine Frau Ehringische Party sein? Dobbs, tack, will! Vielen Dank.